Ich bin sehr stolz, Bürgermeister dieser Stadt zu sein, die eine außerordentlich nach gerade erschreckend geringe Kriminalitätsrate aufweist. Ich kenne ein bisschen ihre Kriminalitätsstatistik. Die ist ja wohl mega. Die ist alles in bester Ordnung. Da ist überhaupt nichts los. Genau das bisschen, das wir hier zu tun haben. Soll die Wache geschlossen werden? Ach, ficken. Ich mein, darf die uns einfach so auseinanderreißen? Was soll denn dann aus uns allen werden? Wir brauchen deine Hilfe bei einer polizeilichen Aktion. Ich soll klauen, für die Bullen. Ganz genau. Was? Was? Egal was. Ja, nee, möchte ich nicht. Hilfe! Wir brauchen Straftaten. Straftaten sind die Basis unserer Existenz. Zur allgemeinen Information, wir haben gerade hier eine weitere Strafanzeige aufgenommen. Irre. Eure Straftaten, das ist doch alles Fake, stimmt's? Wer weiß es? Puh, geht es nicht so weit? Ich bin über dich im Bilde, Frau Lein. Ich bin hier wirklich in der Provinz, oder? Mittendrin. Eine absolute Scheiß-Schande! Bisschen wie im Fernsehen, oder? Kino ist geiler. Das ist gar nicht so weit. No wir ja. fim cliffs. 店 Julia Schmitt Die nieuwe